what's up liebe youtube freunde und willkommen zu einer weiteren folge freut mich dass du wieder eingeschaltet hast dass du mit dabei bist wir sind ja hier auf der neuen map angekommen da kenne ich mich wieder überhaupt nicht aus sehr nice die habe ich echt schon da habe ich so selten gespielt bis jetzt da wird ja nicht ganz so geil werden und warum haben wir hier schon den lieben killer ich weiß nicht was der killer vor hat aber ich gehe hier mal ich trau ihm nicht so ganz jo ok lieber lieber killer hä warum konnte ich nicht ich wollte umkippen und konnte nicht freunde was war das denn für ein mist ja wie gesagt ich kenne mich nicht raus auf diese ist ja schön ist ja schön und warum habe ich das jetzt bitte ein slow wort ja so wie ich da hingekommen bin das dürfte doch niemals ein slow wort gewesen sein aber ok man muss ja dead by daylight nicht verstehen dann kloppt er mich halt um wahrscheinlich kämpft er auch noch weil es ein bubber ok jo nice freunde dann ist es schön wir haben hier einen camper ich werde meinem team aber die gesamte zeit geben hier würde ich mal sagen überhaupt kein problem die sollen chance durch kloppen über was können wir reden nein tu es nicht ok der killer ist aber schon sehr doof der ist sogar fürs campen zu blöde ich habe mir nicht gedacht dass wir hier wirklich noch mal spielen können das große problem ist einfach dass ich mich nicht auskenne auf dieser map das war echt knapp ich würde ja die palette machen ach ja ach ja spielt er mich wirklich noch aus werde ich ihn ich hätte auch wegrennen können aber egal egal wir haben schon eigentlich drei chance der klebt den anderen die kommen schön aus die kommen schön aus das ist auf jeden fall schon mal so soll es ja auch sein ok und jetzt stellt noch den anderen gen fertig und die ganze sache ist richtig geil das wäre jetzt nice freunde dann haben wir ihn nämlich zumindest alle generatoren lang hingehalten kaum macht den gen fertig und dann raus mit euch geht doch raus mit euch ach nee die versucht wieder ja nice so jetzt hat er aber nöt Freunde nein komm ja nicht her jetzt da drüben wird aufgemacht Buba ach nö die wird jetzt mit nöt noch umgeklatscht ich sag's euch ja sag ich doch dann die anderen bitte raus das wäre jetzt nice ach warum kann so ein Camperkiller hier wirklich noch das so bekommen ach es ist so traurig Freunde es ist so traurig jo egal Respekt Buba du bist der geilste Killer hier überhaupt hast du es richtig drauf jetzt gucken wir mal wie er denn heißt unser lieber Campy Campy Boy der dauerhafte Low Rank Spieler wir haben hier natürlich einen Pip verloren ist klar der Farming Simulator ok ein Killer der wohl nie auf Rang 1 kommen wird haha schön gut jetzt war aber die Folge so kurz Freunde ich würde sagen wir hängen noch eine dran ich spiele noch eine Runde bis gleich so ok endlich auf einer Map angekommen wo wir auch uns auskennen ist schon mal gut vielleicht haben wir jetzt einen Killer der das Spiel auch richtig spielen kann ja und nicht so einen Campy Campy Killer tjo es ist natürlich auch man muss es ihm ja auch verzeihen denn es gibt halt einfach Menschen die können das Spiel nicht richtig und die müssen halt dann so spielen ist ja auch kein Problem dafür gibt es ja jetzt die zweite Runde hier das dürfte ein Kreis sein oder ich bin mir zumindest so sicher dass ich es gehört hätte als wäre er gerade sichtbar gegangen aber naja wir gucken mal wir lassen uns einfach überraschen zu dritt hier an dem Gen das bedeutet der ist schnell mal fertig der andere ist so weit weg weiß ich nicht wenn wir hier in die Richtung gehen Bill tut es natürlich auch der hat mich doch noch gesehen lalalalalala lieber Geist ihr könnt ihn übrigens runter holen ach da geht es sofort wieder zurück jetzt nee 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 also momentan haben wir hier wohl Camper und Tunnler das ist schön das ist ja richtig schön dann setzen wir uns hier an den Gen und machen mal den Gen ist wahrscheinlich die bessere Idee hier und erledigen das ganze hier Jo also ich werde es generell auch so machen dass wenn wir wirklich eine zu kurze Folge haben wo nicht großartig etwas los war dann hänge ich immer noch eine zweite Runde dran würde ich sagen ja dann passt das ganze und da ich sowieso nicht jeden Tag Dead by Daylight Videos bringe sondern immer nur jeden ja jeden zweiten Tag eigentlich ne so wird es zumindest wieder werden jeden Tag wird sich zeitlich einfach nicht ausgehen Freunde das wird nicht klappen somit behalte ich das mal bei und ja dann passt ja das ganze dann auch wenn wir hin und wieder eine längere Folge haben und nicht nur die kurzen Folgen ok 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 irgendwie holt den hier niemand mehr aus dem Keller raus ah doch noch doch noch ok gut der Geiste hat mich auf jeden Fall gesehen normalerweise hm geht der hier wieder in den Keller oder wie ich nehme mal das Tote mit es ist ein Geist der wollte wirklich unbedingt in den Keller da haben wir schon wieder die richtigen Killer heute ne 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 jo 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 oh jetzt hätte er mich sogar erwischt da ich ja hängen geblieben bin aber wenn er will dann natürlich nicht ein bisschen abgelenkt habe ich ihn trotzdem gut der ist da oben jetzt kommt Bill wieder zu mir das ist halt jetzt auch nicht unbedingt immer so nice ach nö Bill das ist wieder einer der traurte wieder sämtliche Paletten ach was ist denn hier los Bill 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 der Killer ist aber nicht so ne also ich sage jetzt mal der Killer ist nicht ganz so helle ach komm doch Bill ey wirklich toller toller mate hier na gut dann lieber Bill bin ich mir echt hier am überlegen ob ich dich retten werde möchte grundsätzlich natürlich schon aber ich habe das Gefühl als würde der Killer ja hier auch nicht weggehen Hallöschen holt doch mal runter so ein Semicamper ok Bill geht hin der andere Bill geht hin ich mache jetzt schön fertig Freunde wir konzentrieren uns jetzt auf die Generatoren das ist besser ach dieser Bill also dieser Bill der bringt ja wirklich die also ich habe doch gar keinen Bock mehr auf diesen Typen dann soll er doch machen was er will hier den hole ich auch nicht mehr runter also versuche ich gar nicht das versuche ich gar nicht Freunde der kann mich jetzt mal wie kann man denn ständig in meine Richtung kommen egal wo er jetzt hingerannt ist er ist wirklich ständig in meine Richtung gekommen dann hängt unten verrotte hier ja verrotte hier die anderen kümmern sich die anderen sind die ganze Zeit darauf aus irgendwie hier zu retten aber keiner macht Chains keiner macht hier Generatoren wieder so ein geniales Game hier und die Paletten die kann er auch wasten dieser Typ nö 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 Leute ich sag's euch da habe ich schon wieder keinen Bock drauf das ärgert mich schon wieder ja dann sind wir halt hier die einzigen die jetzt sich mal um Generatoren kümmern das mache ich jetzt auch und wenn wir am Schluss erwischt werden dann ist es so dann werden wir wahrscheinlich von den anderen auch hängen gelassen aber ja das überstehe ich das überstehe ich Freunde gut wir haben den dann ab zum nächsten hier macht ja wirklich niemand was naja ja was sollen wir denn auch tun ey Leute Leute das Game ist auch schon wieder so verkackt es wird wohl dann Zeit dass wir dann die Luke suchen jetzt spielen wir halt hier einfach mal die Arschtour ja denn das kann es ja nicht sein ich weiß schon man sollte Mate sein aber es macht ja keiner was guckt euch das an keine Chains hier so lieber Killer okay häng den doch mal auf ne jetzt hab die Frage lass ich ihn jetzt hängen oder versuche ich es noch achso nein geht wieder in den Keller hat eh Barbecue mit nehm ich mal an ich mach mal den Chen nicht fertig bringt mir eh nichts so also eigentlich werden wir jetzt ziemlich bescheuert wenn wir dort hingehen eigentlich sollen wir es tun ne ne ihr habt es nicht verdient Leute nö ach hier ist der Killer hallo hallo lieber Killer nö der hat es auch nicht verdient dass er runter geholt wird wie mich der hier noch trifft das war ein lächerlicher Hit ja ja okay ach Leute ist mir egal Hauptsache der da unten stirbt auch nö wenn das Team gar nichts macht habe ich auch keinen Bock hier Leute zu retten das muss nicht sein ne sehe ich auch nicht ein ja ja lieber Geist also gejuckt haben wir den hier jetzt mal gar nicht denn das war jetzt gerade ne Katastrophe hier das war ne Katastrophe dann haben wir zwei ziemlich bescheuerte Runden geil das passt ne aber gut jetzt hänge ich nicht nochmal was dran das muss ich sein ähm gucken wir mal bekommen wir hier nen Pip überhaupt hm ich denke mal nicht für nen leichten Black Pip aber mehr wird es dann schon nicht ja genau ne ach schade ein bisschen gejuckt wenn wir ihn noch hätten oder in der Hilfsbereite ja gut aber das gehe ich doch gar nicht ein das Risiko nö schade 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 gut wenn es dir gefallen hat weißt du ja lass einen Like da würde mich freuen und bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.